Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen? Und das fast wie von selbst? In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in einem Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Folge Nummer 323 mit dem Titel Reich gedacht statt gespart. Was hat es mit diesem doch sehr speziellen Titel auf sich? Das ist der Titel meines aktuellen brandneuen Buches, das ab sofort in Vorbestellung und ab 8. April dann tatsächlich erhältlich ist. Und ich habe mir gedacht, warum nicht mal eine Leseprobe aus einem Buch als Podcast-Folge. Das werde ich diese Woche und auch nächste Woche tun. Zwei unterschiedliche Leseproben natürlich. Das heißt, ich starte vorne. Kapitel 1 sozusagen hörst du heute. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bin selber gespannt. Also viel Spaß beim Hören. Ah ja, und noch was der Untertitel des Buches lautet, hör auf dich unter Wert zu verkaufen. Und der sagt vielleicht noch sehr viel mehr als der Titel selbst über den Inhalt des Buches und was du zu erwarten hast. Also, los geht's. Kapitel 1. Reich gedacht statt arm gespart. Wenn Sie also der Meinung sind, sich zu billig zu verkaufen, dann könnte das zwei Auswirkungen auf Ihr Leben haben. Einerseits das frustrierende Gefühl, dass Sie aufgrund dieses Gedankens quält und dass Sie bei unterschiedlichen Anlässen immer wieder durchlaufen. Manchmal fühlen Sie sich dabei vielleicht wie in einer sich immer wiederholenden Zeitschleife gefangen und es ergeht Ihnen wie Bill Murray in seiner Hauptrolle im sehenswerten Klassiker und täglich grüßt das Murmeltier. Er weiß zwar genau, was als nächstes geschehen wird, doch letztlich kann er nichts am Ergebnis ändern. Ja, dieser endlich die grundlegend entscheidende Lernefahrung daraus zieht. Die zweite Auswirkung könnte aber auch eine sein, die Ihre finanzielle Realität deutlich stärker und vor allem unmittelbarer betrifft. Abgesehen von dem frustrierenden Gefühl würde Ihnen beziehungsweise Ihr Konto ein höheres Einkommen tatsächlich sehr gut tun. Und gleich den kritischen Stimmen, die sich an dieser Stelle zu Wort melden könnten, passende Antworten zu geben, sei gesagt, Nein, mehr Geld zu verdienen ist nicht die Lösung für alle Probleme und kein garantierter Weg zu einem glücklichen Leben. Gleichzeitig macht ein höheres Einkommen aber auch nicht unglücklich. Mich zumindest nicht und ich unterstelle mal die Mehrzahl der Leserinnen und Leser bzw. Hörerinnen und Hörer auch nicht. Und wenn ich die Wahl hätte, zwischen unglücklich mit weniger oder mit mehr Geld, dann müsste ich nur ungefähr eine Zehntelsekunde nachdenken, wofür ich mich entscheide. Und wie der Titel und der Klappentext dieses Buches ja auch sagen, geht es hier nun einmal um genau diesen Aspekt. Gleichzeitig vermute ich, dass ich bei Ihnen damit ohnehin offene Türen einlaufe, sonst würden Sie dieses Buch vermutlich nicht lesen. Und während die Lösung für das erste Problem des frustrierenden Gefühls deutlich komplexer und vielschichtiger ist wie alles, das unsere inneren Vorgänge, Gedanken und Emotionen betrifft, gibt es für die zweite Auswirkung zwei recht klare Lösungsansätze. Entweder das Einkommen steigern oder die Ausgaben reduzieren. Entscheidend ist in diesem Fall, anders als im ersten, ja nur, dass die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben größer wird. Zu Tode gespart ist auch gestorben. Und angesichts dieser beiden Möglichkeiten, weniger ausgeben oder mehr verdienen, wählen die meisten welche, was denken Sie? Die scheinbar einfachere, weniger ausgeben. Wir und, damit meine ich, den deutschsprachigen Raum und möglicherweise auch viele andere Länder, die ähnlich ticken, sind echte Sparefrohs. Das Sparen ist in vielen Bereichen zu einer Art Grundeinstellung des Lebens geworden. So sparen wir ganz traditionell Geld, indem wir, sofern wir es uns leisten können, regelmäßig etwas auf die Seite legen. Dagegen ist auch grundsätzlich nichts zu sagen. Es kommt auf das Mindset und die Einstellung dahinter an. Wenn dieses Sparen dem Gedanken entspringt, dieses Geld, statt es für persönliche Laster oder Freizeitvergnügen auszugeben, in Geldanlagen zu stecken, die eine interessante Rendite erzielen. So ist das eine Sache. So besitzen etwa 18% der Deutschen aktuell Aktien oder Anteile an Aktienfonds. Das ist mehr geworden, aber wirklich viele sind es nicht. Viel öfter, so behaupte ich, entspringt der Sparwille, bisweilen kann es sich sogar zu einer Sparwut entwickeln, einer Geisteshaltung des Mangels, einer des sich Einschränkens. Ich habe zu wenig Geld und deshalb muss ich sparsam damit umgehen. Auch gegen die Idee, sich sein Geld vernünftig einzuteilen und damit gut über die Runden zu kommen, will ich gar nicht sagen. Allerdings hat das Sparen in vielerlei Hinsicht wenig mit Vernunft zu tun und führt dazu, dass wir letztlich ärmer werden statt reicher. Spar dich reich ist ein verbreiteter Mythos. Ich hingegen behaupte und werde das auch gleich erläutern, dass in vielerlei Hinsicht Spar dich arm das ist, was tatsächlich geschieht, im Kleinen wie auch im Großen. Doch Geld ist nicht das Einzige, an dem wir sparen. Vielmehr hat sich der Spargedanke in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft und des Lebens ganz generell breit gemacht und sich einen Stellenwert erarbeitet, der ihm, so denke ich, nicht zusteht. So sinnvoll die Grundidee auch sein mag, entstehen dadurch eine Menge Folgeschäden, die genau dieser Grundidee entgegenwirken. Das Iced White Chocolate Mocha-Syndrom Mit Vernunft und Rationalität hat all diese Sparen oft sehr wenig bis gar nichts zu tun. Die Idee, Geld beim Tanken zu sparen etwa, führt unter anderem dazu, dass wir dort tanken, wo es am billigsten ist. Mehr als bei anderen Produkten steht beim Sprit der Preis als Entscheidungskriterium im Vordergrund. Die Treibstoffhersteller versuchen zwar, über Bezeichnungen wie Power Diesel oder Ultimate Benzin, den Autofahrern ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu suggerieren, doch letztlich bleibt es aus Sicht der meisten ein und derselbe Diesel oder Benzin, der da aus dem Zapfhahn fließt. Wir fahren also, um unseren Tank aufzufüllen zur billigsten Tankstelle in einem halbwegs erreichbaren Umkreis. Dabei kann es schon passieren, dass wir einen Umweg in Kauf nehmen, der sich hin und zurück und eine kleine Wartezeit mit eingerechnet, da dort viele tanken wollen, schnell auf 15 oder gar 20 Minuten summieren kann. Aber immerhin investieren wir diese Zeit in einen guten Zweck und sparen bei einem vollen Tank je nach Fahrzeug schon mal 3 Euro. Mission accomplished. Wir freuen uns zumindest ein wenig, den Tank wieder mal halbwegs günstig richtig vollgemacht zu haben, was immer günstig in der aktuellen Zeit auch bedeutet. Und was soll daran schlecht sein? Dieses Sparverhalten hat mehrere Schwachstellen. Erstens verbrauchen wir für den in Kauf genommenen Umweg natürlich auch etwas Sprit. Das ist allerdings meist nicht so viel, dass es ins Gewicht fallen würde. Schwerer wiegt da schon die Zeit, die wir verbrauchen. In 20 Minuten 3 Euro gespart. Hochgerechnet auf eine ganze Stunde bei drei solchen Tankvorgängen wären das 9 Euro. So gesehen bezahlen wir uns in Form des gesparten Geldes 9 Euro pro Stunde. Das ist aber gleichzeitig ein Betrag, für den viele nicht arbeiten würden. Oder anders gesagt, wir tauschen unsere Zeit mit solchen Sparaktionen gegen Geld, das wir damit sparen. Wobei, es gibt natürlich Menschen auch hierzulande, die sehr gerne für 9 Euro pro Stunde arbeiten würden. Nur lässt sich tanken in der Form nur schwer zum Job machen. Viele allerdings, die ein solches Tankverhalten auch an den Tag legen, würden ein Jobangebot für 9 Euro pro Stunde nicht nur ablehnen, sondern es sogar als Beleidigung empfinden. Und das, obwohl sie sich beim billigen Tanken genau diesen Betrag selbst bezahlen. So gesehen ist auch das nicht für alle wirklich unvernünftig. Irrational bis skurril wird es, wenn wir auf dem Rückweg von der Tankstelle schnell noch bei Starbucks stehen bleiben und ohne mit der Wimper zu zucken, uns einen Iced White Chocolate Mokka für schlappes 6 Euro gönnen und so rasch das Doppelte von dem, was wir soeben mühsam gespart haben, ausgeben. Sparen ist auch bei Unternehmen eine beliebte Maßnahme, um die Erträge zu verbessern. Prozesse in Produktion und Verwaltung werden verschlankt und die Einkäufer werden angehalten, aus den Lieferanten auch noch den allerletzten, möglichen Rest an Nachlässen bzw. Zuschüssen, in welcher Form auch immer herauszuholen. Besonders gerne wird bei den Personalkosten gespart. Wobei, das stimmt nicht ganz. Die Einsparungen beim Personal betreffen oft vor allem die Köpfe und letztlich nicht so sehr die Kosten. Aus meinen vielen Jahren, die ich in Konzernen zugebracht habe, weiß ich das aus eigener Erfahrung noch sehr genau. Es wurden Mitarbeiterköpfe eingespart und dafür aber wieder Mitarbeiter von externen Dienstleistern angemietet, die aber über ein anderes Budget verbucht wurden und so die Personalkosten nicht belasteten. Mehr Geld ausgegeben, aber Sparziel erreicht. Ist doch schön, wie viel es leichter geht, wenn man nur bereit ist, sich selbst ein wenig zu belügen. Und den Unternehmen ergeht es nicht anders als den Privatpersonen beim Tanken. Auch sie erliegen dem Iced White Chocolate Mokka-Syndrom. Es wird auf der einen Seite gespart, auf der anderen gönnt man sich einen Iced White Chocolate Mokka, der allerdings deutlich teurer ist als 6 Euro. Ein solcher Iced White Chocolate Mokka, der in Unternehmen gerne konsumiert wird, steht für Preisaktionen. Wir zahlen ihnen die Mehrwertsteuer oder auch 20% auf alles, wird da großzügig und vollmundig verkündet und das in aller Regelmäßigkeit. Dass derartige Aktionen meist mehr kosten als sie bringen, wenn man auf den erzielten Gewinn und nicht nur auf den Umsatz schaut und dabei schnell mal deutlich mehr Geld verbrannt als zur selten Zeit mit anderen Maßnahmen eingespart wird, wird selten berechnet und interessiert aus meiner Erfahrung auch nicht wirklich jemanden. Seltsam, ist aber so. Das heißt, man sieht, dass die Sparerei auch in der rationalen, so würden wir unterstellen, Wirtschaftswelt oft sehr seltsame Züge annimmt. Was ich mit all diesen Beispielen sagen will, ist, dass Menschen und Organisationen bei genauer Betrachtung in vielen Bereichen und ganz sicher, wenn es ums Geld geht, sehr seltsam ticken und dass Vernunft und Logik sehr viel weniger in unsere Entscheidungen involviert sind, als wir annehmen oder es uns zumindest wünschen würden. Manchmal fehlen diese Aspekte ganz. Und diese Erkenntnis ist wichtig für den weiteren Verlauf des Buches. Vieles von dem, was darüber entscheidet, wie viel jemand wert ist, für sich selbst und andere, hängt diesem Gedanken folgend auch weniger von rationalen Gegebenheiten, Zahlen, Daten, Fakten ab, sondern vielmehr von Ideen, Gedanken, Vorstellungen, Wünschen und Träumen. Und das ist weder grundsätzlich schlecht noch gut. Vielmehr ist es einfach so. Punkt. Dazu später mehr. Noch sehr viel mehr. Vorerst allerdings nochmals zurück zum Sparen. Abgesehen von den geschilderten seltsamen Auswüchsen hat das Sparen noch, aus meiner Sicht, sehr viel schlimmer, der insgesamt betrachtet sogar potenziell desaströse Konsequenzen in Bezug auf das Einkommen, sei es das eigene oder auch das gesamtwirtschaftliche. Diese Auswirkungen fußen wir wehend in der Tatsache, dass so vieles, was uns Menschen betrifft, wenig mit Rationalität zu tun hat. Wo sparen wir noch außer dem Sprit? Wir sparen zum Beispiel Energie. Das ist an sich nichts Neues, hat allerdings in letzter Zeit ganz neue, bisher ungekannte Dimensionen angenommen. Die Regierungen empfehlen uns, weniger warm zu duschen und die Temperatur in Häusern und Wohnungen, um ein paar Grad zu senken, um so der Abhängigkeit von ausländischen Energielieferungen zumindest ein Stück weit zu entkommen. Die durchaus vielschichtige Botschaft ist, zieht euch warm an. Dabei erlegen die Regierungen der Länder und das ganz egal, auf welche man schaut, dem Iced White Chocolate Mocker-Syndrom. Genau wie die Bürger. Auch hier wird einerseits groß gespart, zumindest wird das mit großem medialen Aufwand immer wieder mal verkündet und andererseits wird Geld in vollen Wagenladungen, volle Hände würden dafür nicht reichen, für Dinge und Aktionen ausgegeben, bei denen sich so mancher Bürger, der halbwegs bei Verstand ist, nur noch fragen kann. Echt jetzt? Doch dieses Buch soll ja kein Gesellschafts- oder Politikkritisches sein, wenn gleich der eine oder andere kritische Blick durchaus angebracht ist und definitiv seine Berechtigung hat. Doch beim Sparen geht es nicht immer nur um Geld. Von der Idee, Kalorien zu sparen, lebt eine riesige Industrie, vermutlich bis in alle Ewigkeit, da wir damit, wie es aussieht, niemals fertig sein werden. Ganz im Gegenteil. Mit fortschreitender Entwicklung der menschlichen Rasse, ob die Richtung der Entwicklung stimmt, könnte man durchaus kontrovers diskutieren, gibt es immer mehr Einsparungspotenzial, was die Kalorien angeht. Inzwischen sterben erschreckenderweise mehr Menschen an den Folgen von zu viel statt zu wenig Nahrungsaufnahme. Mehr an Überernährung als an Hunger. Und wenn dir diese kurze Lesung, dieser kurze Auszug, Einblick in mein brandaktuelles Buch gefallen hat, dann hole es dir doch am besten gleich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Am besten jetzt gleich vorbestellen, dann bekommst du es als einer der Ersten. Und wenn du noch ein bisschen mehr reinschnuppern möchtest, nächste Woche gibt es noch einen zweiten Einblick, eine zweite kurze Lesung. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Bis zum nächsten Mal.